Jetzt schaffen wir es. Jetzt kommt der letzte Versuch, sonst höre ich auf, Alter. Rennen, 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 springen. Och Mann, es gibt es doch nicht. Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer Folge Singleplayer Call of Duty. Ja, dann will ich gleich mal anfangen. Ich bin frisch aus England zurück und dann fangen wir mal an. So, dann starten wir mal. Okay, ich soll vielleicht Eingabe drücken. Das wäre vielleicht gut. Was zum Teufel habe ich da gemacht? Hör zu. Tote leiden nicht mehr. Darum sind du und ich noch hier. Du leidest mit mir. Er hat einen Plan für dich, Kleiner. Er arbeitet daran seit 30 Jahren und zählt darauf, dass du ihn holen kommst. Warte mal. Frank, weißt du was? Dieser Anhänger damals, nach deinem Anruf, war er weg. Meinst du, ihm sind Beine gewachsen und erst weggelaufen? Dieser Kerl erkennt jeden Schachzug, jeden Schritt, den du machst. Er tötet einfach 20, 30 Millionen. Als würde sie das zurückbringen. Es geht um seine Schwester. Er tötete meinen Vater? Damit er dich? Er kennt keine sauberen Schüsse. Es muss... Hey! Was ist passiert in Panama? Ich war ziemlich sicher, wir hatten ihn in Nicaragua. Ein Jahr später. Er scheint er in Panama mit diesem Penner noch Jäger. Das ist zu viel für die CIA. Die Befehle kamen von George H.W. für eine Entführungsaktion. Und dein Dad und ich? Die sind rein. Was für eine Scheißshow. Ja, und damit herzlich willkommen zurück, wiederum. Uh, sexy Kappe. So. Ja, ähm, wie ihr auch schon gesehen habt, ähm, muss ich das nachsynchronisieren. Weil... Schön, dich zu sehen, Frank. Ich auch, Alex. Weil... Die hat die Aufnahme geleckt hat und es... Ich konnte nicht mehr als synchronisieren. Sie ist total sauer. Okay. Ähm, ich schaue mir das jetzt zum dritten Mal an. Also, ich weiß schon, was passiert, aber... Ich werde mal so ein bisschen den Mund halten. Und da drinnen geht. Ziemlich die Party ab, beide Frau. Habe ich so das Gefühl. Also, das ist ein ziemlich heftiger Streit, habe ich losgefühlt. Erstmal ein Bier. So, dann gehen wir jetzt mal zu dem Schuppen. Und nehmen wir uns mal in die Tasche. Und Steves und Bills. Weißt du, wie ich jetzt dastehe? Warum bringen wir diesen Typen nicht einfach um? Ha? Nach dieser Scheiße in Nicaragua. Die höheren Stellen haben genug von ihm. Wollen ihn aber lebend. Hm. Das klingt nicht richtig. Okay. Manuel Noriega. Ab jetzt heißt er Ziel, falscher Profit. Es geht um eine Standard-Schmutzkampagne. Seinen Ruf zerstören und das Risiko von Aufständen in seinem Namen reduzieren. Die Invasion wird die Aufmerksamkeit ablenken, wenn wir mit den Navy Seals reingehen. Dann haben wir wohl alles. Yep. Kommt. Ich bringe euch raus. So, ähm, was ich noch sagen wollte. Es tut mir auf jeden Fall nochmal ziemlich leid, dass jetzt, ähm, nach Montag keine Folge mehr kam. Also, Mittwoch ist ja, ist ja Multiplayer-Folge rausgekommen. Okay. Wow, kurz leiser. Okay, ich wollte es noch kurz. Okay, gut. Jetzt nochmal zurück. Ähm, und am Mittwoch kam hier die Multiplayer-Folge. Oh, das gibt's auch nicht. Die Planung gut. Der einzige fehlerhafte Teil war Arzten. Am Funk als Leiter der Nummer. Etwas war komisch. Schon beim Weg rein. Hab's gefühlt. Ist nackt, die ganze Zeit an mir. Hab's noch nicht gesehen. Okay, gut. Dann jetzt. Dann jetzt. Ja, und das war einfach so, weil, wie schon Multiplayer-Folge gesagt, ich hab noch synchronisiert, weil auch das hier nicht aufgenommen hat, aber die Aufnahme also Media Player hat ein bisschen geleckt und dann konnte ich, hab ich halt einfach weitergeredet und dann war es ziemlich schwer, das Ding zusammenzuschneiden, dann am Ende hab ich dann einfach gelassen. Und ja, das ist nämlich synchronisiert, ich hab's wieder und ja, dann... Also mir hat er nichts davon gesagt. Gut, dann wollen wir jetzt mal weiter. Aufschalten, watch. Ah ja, ja, keine Sorgen, ich hoffe das schon. Pst. Alter, es kommt so schnell darüber. Alter. Alter. Jetzt haben wir... Äh, ich hab den noch getötet. So, jetzt geht die Pantier. Oh, du, 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 du. Gut, dann wollen wir noch an den Speck. Da war die Grenade, da. Geh was. Oh, das war meiner. Ups. So, aua. Oh, Junge, alter, witzig die Waffen. Ist ja... Oh, oh, scheiß, der Autobren. Und da ist es in die Luft geflogen. Ich hab' ich keine andere... Alter. Komm, das stimmt doch. Gut doch. Oh, kann man hier auch filmen? Was, irgendwas? Oh, 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 oh. Oh, geil. Jetzt... Ach, ich hätte die Waffe noch. Gut. Und da ist da einer noch. Und... So, dann haben wir den noch verledigt. Und... Hey, 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 hey. Schlipp. Oh, guck. Okay, au, 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 au. Legen wir uns mal hin. So, ist doch... Ne, hinlegen. So, ist brav. Guck, es ist dann... Wollen wir nachladen und... Hallo, jemand da? Okay, gut, dann schlägt auch und rein weiter. Dann... Okay, ich bin noch niemand. Und das noch... So. Gut, das war ein bisschen komisch. Ich hab' ihn eigentlich von nächsten Nähe vollkommen abgeknallt. Oh, mal, naja. Dann wollen wir mal da vorgehen. Ja, und ich bin wieder das Arschloch und muss nach vorne laufen. Ist doch klar. Ich hab' ja eh nichts anderes zu tun. Ruh, ich hab' das Haus weg. Einheiten sind auf dem gesamten Flugfeld in Stellung. Golf läuft in alle Falle. Ich hab' versucht, Sie zu warnen, aber der Vogel ist verrückt. Und dann unter der Interaktion. Gut, dann muss man das öffnen. So, falscher Knopf. Ich mach' noch mal und schnipp und schnipp und aufklapp und was ist das denn jetzt, Sörne? Das ist Night in Gale. Keine Ahnung, was es ist. Ich hab' keine Ahnung, was Night in Gale ist. So, dann lass' mal weiterlaufen. Egal, ich schlusslaufen. Ich geh' hoch. Gut, dann hat man das Dach sichern. Den Zweckgefetz. Der ist weg. Alter, der hat sich laut. Wo ist der? Ich seh' nicht. Uiuiui. Hier ist aber. Okay, Dach. Der Letzte. Gut, der ist auch weg. Oh, das sind voll die Abwehrgeschützer. Kann man da durchschließen? Oh, schade. Funktioniert nicht. Wär auch schade gewesen. So, Alter. Wo sind die Schiele? Ei, 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 ei. Alter, Junge. Geh mir vor... ...schlusslaufen. Oh, jetzt hab' ich... Nein, ich will... ...nichtern. Geh doch. So, dann... ...häck zu sein und... Das ist weg und jetzt... ...dich hab' wieder angeschossen und schnell... Ach! Danke. Pass auf, jetzt mehr. So. Dann ist da... ...schlusslaufen und... ...und... 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 steigern aber ich hoffe ich will nicht so scheiße Ei, ei, ei. Das ist meiner. Oh, da schließt die Wand. Okay. Ich glaube, das Flugzeug ist gerade in die Luft geflogen. Ich habe das Gefühl. Naja, gut, dann wollen wir uns mal hier wacker durchkämpfen. Ja, das Flugzeug ist explodiert. 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 So, wir durchgehen. Klar, wir vereinbaren. Alter, hier habe ich auch noch voll wenig Mühe. Ich habe jetzt einfach geschossen, aber... Ich habe nichts tot, alles. Läuft bei dem. Zur 25 ist oben. Gesterstock, Ostflüge. In den Pool und ja... Ach man, das funktioniert leider nicht. So eine Scheiße. Aber reinschießen kann ich. Das ist bestimmt eine imaginäre Wand, die mich in meinen Träumen aufhält, bereit zu gehen. In den Pool. Oh, ups. Ich möchte jetzt gerne schwimmen. Ich bin so verdrängt. Was ist denn der Zeug? Was hätten die geworfen? Schokolade geworfen. Und... Und... Uiuiui. Ja, ja, ja. Ja, das war eine perfekte Reaktion. So hätte ich es auch getan. So. Los auf den Stuhl da. Ein Gefangenen Austausch. Interessant. Nexos Ziel? Wer ist wichtiger als dieser Wichser? Gefällt mir auch nicht, aber bringen wir es zu Ende. Wir vergeuden zu viel Zeit. Aber das CIA-Memo in Menendez Anlage. Beste Synchronisation. Ihr geht noch was anderes vor sich, Wart. Genau. Ist nicht auch so. Sind wir jetzt wieder bei Wün? Oh ja. Die Mission war zur Entführung. Dann sagt der verdammte Arzen über Funk, dieser Jäger ist nicht die Mission. Er ist nur ein Pfand. Ein Gefangtenaustausch und ich vollidiot hätte es wissen müssen, genau zu dieser Zeit. Ich weiß, was zum Teufel stimmt. Ich bin hier. Was zum Teufel. Immer mit dir. Immer mit dir. Scheißhatz. Hätt sie ihn kühlen sollen in Vietnam. Ja, das hätte ich auch getan. Oh, cool. Was ist das jetzt hier für eine Situation? Genau so schlecht wie die Karagawa. Schaut es hier aus. Ich kümmere mich um den Abschau. Alter, die treten jetzt in den Listen. Ich war so niederstellt. Ich muss mich verarschen. Alter, jemand. Der mit dem Baseball hat mir ja fett gegeben. Welche Häuser? Das ist ein Krankenwagen. Positiv. Na ja. Meine Güte. Okay, gut, warte mal. Mal gucken, ob ich ihn abschließen kann. Oh ja, ich kann ihn abschließen. Jetzt nicht mehr. Jetzt. Wieso kann ich ihn nicht abschließen? Hallo, ich möchte ihn gerne abschließen. Aber ich kann den Messer. Ich will schließen. Hallo. Ich muss ein bisschen mit dem Trab ziehen. Falls er es nicht gehört hat, er will eine Waffe haben. Aber ich kann ihn nicht töten. Ich kann ihn nicht treffen. Was machen Sie da? Sie wollten eine Waffe. Von Munition waren die die Wähler. Das war schlau. Das ist besser für uns alle, wenn es niemand erkennt. Geil, Käppi, Alter. Wieso hat ein Soldat eine Käppi dabei? Ja, ich darf wieder vorgehen. Ich bin wieder das arme Schwanchen. So, dann. Ja. Ja, stimmt. Den kann man ja auch auf fünf einsetzen. Okay, gut. Dann wird es ja. Los geht's. Noch mal erforscht uns. Ne, mal da. Hallo. Nichts. Alter, was geht denn hier ab? Oh, Junge, der hat sofort weggefasst. Da hat man eine rechte Seite. Da hat man eine Granate. Scheiße. So, und da ist einer. Und da ist noch einer. Da ist noch einer. Oh. Oh, scheiße, das Auto brennt. Irgendwester Fall. Ich fass noch was mit. Ja, Mann. Perfekt. So. Jetzt kann es uns auf jeden Fall nicht mehr toten. Toten. Töte natürlich. Man muss schon auf die grammatische Aussprache. Was kommt denn eigentlich mit ihren Baseballschlager? Was ist denn immer erwischt? Oh, Alter. Ich hätte es ihn sogar erwischt. Geil. Und weg ist er. Alter, der Helikopter, der schrattet ja das alles nieder, Junge. Geile Scheiße. Junge, Junge. Jetzt möchte ich keinen treffen. Das nervt ein bisschen, wenn ich getroffen werde. Wackelt, desto hässlich. Oh, Granate. Da ist er. Und, boom. So, dann noch erstmal einen. Der ist tot. Und das ist auch noch niemand. Das ist Weiner. Da oben steht einer. Dann hole ich mir. Komm. Bleib stehen. So, es war. Wenige Fälle zu den. Noch einer. So eine Scheiße. Wo kommen die denn jetzt alle her? Scheiße, die Seite ist nicht besser. Da durch. Nicht nachlassen. Wo soll ich jetzt lang? Traum uns lassen und immer weiter. Okay, gut. Dann laufen wir jetzt mal. Im Norden ist deine Kirche. Ihr Kontrollpunkt müsste gleich dahinter sein. Okay, gut. Dann laufen wir jetzt mal da. Starke Gefechte zu unserer Linken. Geh nach rechts. Nach rechts. Nach rechts. Nach rechts. Nach rechts. Na ja. Durch die Mitte ist auch gut. Wobei ich gerade bedenke, dass es keine so gute Idee war. Der ist auch nichts ausgetaucht. Oh, Alter. Guck mal, guck mal, der jetzt ja. Ah, je, je, ein Schuss noch nicht betrot. Lass erst mal regenerieren. Der kam einfach aus dem Nichts raus, der Bezug. Okay, gut. Warte, ich weiß erst mal, bis ich regeneriert bin. Okay, dann muss man ganz gucken, ob hier noch jemand wäre. Ah, au, 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 au. Da oben steht auch noch einer. Einen, den hab ich ganz vergessen. Alter, den holst du mir. Komisch, ey, sich etwas weiter zu mir zu holen. Was heißt, erst mal den tut da oben drüber? Mal. Und wegen der. Heldung, 17. Schuss. Minig muni. Neける man da. Nereiben, deman, deman, der Abgewaffen mitgewohnung. Nehmen wir die mal wieder mit. Vielleicht für's mir, der Munitionslager. Nehmen halt die andere. Ein Mathilder, der ist zu wenig muni drin. Ach, Scheiße. Junge, die Rakete hat mich hinter mir keine getroffen. alter die mir richtig fett zu fressen da kann man wieder in die türe geil und eine nächste szene film starb er wie ein soldat jetzt sehen wir bloß nicht der fette volltrottel hat abgetrunken sagt mir das bloß nicht so ist es nicht gelaufen kleiner jäger waren immer genett wie wir alle das heißt nichts gutes habe ich so das gefühl das wollte ich jetzt nicht machen oder ich will es ausprobieren das mal mit dem knackenwerfer machen also es hat schon spaß gemacht aber wir lassen es erstmal die quatsch hier und machen mal richtig weiter sonst kommen wir gar nichts mehr zustande ich weiß nicht was mit der verbindung los ist keine sorge die technik spielt immer verrückt ich höre es verschönt doch jemand kann man hier durchflopfen geht er auf der verziehung ah da hilfe geht an hilfe der letzten oh scheiße ach du scheiße verpüßt dich verpüßt dich verpüßt dich oh geil danke junge einmal durch den kopf geschossen scheiße nur jäger fliegt ja das war klar dass der fliegt ich höre mir ja da kommt auch noch einer raus oh alter da kommt alles in nichts das ist echt mysteriös kommt das hier noch irgendwo drin oh da leuchtet was was ist das hallo wo soll ich jetzt lang okay gut nach oben gut dann helfe dem jetzt mal alter der hat unsere kamera draus geschmissen hilfe hilfe ab jetzt atmest du nicht mal mehr bis wir sagen dass es okay ist fahr zur helle geil alter da waren wir schon weg sie greifen was soll ich du was soll ich du oh scheiße oh scheiße renn 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 schwing 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 doch mei verdammt ich dachte ich bin gesprungen naja so kann man sich täuschen ok gut dann haben wir das gleiche und jetzt aber renn 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 es blockiert nämlich renn 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 spring ich bin doch gesprungen ach man so ne scheiße ich schaff das noch ich schaff das noch das weiß ich ok gut dann machen wir das gleiche von vorne äh bla 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 und um dann warte ich erstmal bis der bisschen weiter vorne ist gut und jetzt rennen 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 springen ok gut das war jetzt verdammt scheiße letzter versuch doch schaffen wir es jetzt kommt der letzte versuch sonst höre ich auf alter rennen 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 springen ach man das gibt es doch nicht oh ja klar ja klar höre ich nicht auf aber ok gut noch ein versuch habe ich vor allem noch ein versuch sonst gehe ich jetzt einfach weg und höre auf ok jetzt rennen 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 und springen ja geschafft ein glück so dann machen wir jetzt mal weiter machen oh ein fernseher ey der fernseher hat panzerglas geiler fernseher ja da muss ich hin oh da sind truppen da wo hallo 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 guten tag ja sind wir hat er gerade zuerst gesagt. Ja, ist sie. Meine Fresse. Aua, habe ich mich auf zu schieben? Das ruckelt so. Du musst mir vertrauen, Mason. Wirklich. Okay, gut, dann. Lass mal, ich will einsteigen jetzt. Lass mich ansteigen. Komm. Ich habe zwar befehle angezweifelt, aber niemals die Motive. Du kümmerst dich um deine Einheit. Du bringst die Jungs sicher nach Hause. Wo ist es, Rick? So ist es einfach nicht. Genau. Die Befehlskennest am Arsch. Ich bin mein Soldat. Ich kriege befehle und erledige den Drenn. Was ist dein Position? Unloblich, glaube ich. Naja, scheiß Verbindung. Okay, gut, dann fangen wir den mal. Wieso kann ich so langsam laufen? Schnarch. 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 Jetzt kann ich schneller laufen. Oh, Alter. Niemand hat verfahren, dass ich ihn verraten habe. Ihn? Hatten, wer ist Ziel Nexus? Oh, jetzt haben wir das Leib auf einmal. Er ist es, Watts. Ziel Nexus ist Raul Menendez. Du hättest es uns sagen müssen, Hatten. Du hättest es uns sagen müssen. Wir sind bereit. Bringt ihn raus. Okay, gut. Wo ist er denn raus? Sichtkontakt bestätigt. Ja, wo ist er? Da drüge ist er. Einmal ranzügen und einmal ranzügen. Jetzt ranzügen und einmal ranzügen. Jetzt ranzügen. Ja, ja, ja. Jetzt, ein Moment bitte. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Und Zeitlupen laufen. Boah. Was glattst du so überheblich? Da läuft echt zeitlupenmäßig der Tempel raus. Was zum Teufel ist da los? Renn. Einfach durchs Licht laufen. Was ist denn hier los? Nein, nein, nein. Mason! Oh, scheiße. Oh, scheiße. Wir haben Mason getötet. Ah! Oh! 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 Ah! Oh! 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 Kann das clerisch! Oh! Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh! Au, 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 au. Ah, es ist wie. Au, 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 au. Au, au, au. Au, au. Oh, ich höre, auf meine Hand. Lass mich in den Hand los. Lass mich in den Hand los. Nein, nein. Au, ausgenockt. Der Glänzför. Ich habe einen Fy. Dein Freund Alex Mason ist tot durch deine Hand. Verstehst du warum? Er wollte David töten. Weil du leiden musst, wie ich gelitten habe. Einer stirbt noch. Du? Woods? Oder David? Ich kann nicht... Ich habe zwei Kinder. Sie leck mich. Tu es. Tu es! Oh nie, Alter. Es ist eklig. Jetzt glaube ich, weiß ich auch warum es ab 18 ist das Spiel. Boah, das tut weh. Töte den doch mal. Der muss doch leiden. Achso, er muss ja leiden, hat er ja gesagt. Alter. Und tot ist er. Dein Leben wird ein einziger... Gollum! Gollum! Gollum, ich bin Gollum. Dann. Und nur dann wirst du verstehen, was du mir angetan hast. Das sehe ich genauso. Ne, ich verstehe gar nichts, was du meinst. Nein. Ich werde dich nicht töten, Junge. Lass, stell dir Ruhe. Lass, hinzuhren Ruhe. Genau, wie wohl sind sie in Ruhe. Lass, hinzuhren Ruhe. Wirst du diesen Anhänger wiedersehen. Und du wirst dich erinnern an alles, was du heute erlebt hast. Du wirst dich an all die Jahre erinnern. Jetzt, komm, krabbel doch weiter nach vorne, du Lusche. Und Schmerzen. Und wenn du das tust... Noch eins. Komm, ich will dein Bein haben. Ich hab dein Bein. Ich hab dein Bein. Nein, lass... Ich will mein Bein haben. Ich will dein Bein haben. Und... Wir sind weg vom Fenster. Brummtisch. Du hättest nichts tun können, Frank. Es war nicht deine Schuld. Dein Vater und ich... Waren die Besten. Und wir konnten ihn nicht stoppen. Die Zeiten ändern sich, alter Mann. Er wird sterben. Das finde ich eine gute Einstellung. Das hast du prima gemacht. Ja! Das... Wie... Gescheitert. Waren das diese Nebenmissionen da? Oh... Ja, das hätten wir vielleicht mal machen sollen. Naja... Egal. Und dann haben wir wieder eine Mission zu Ende. Und es hat mich auf jeden Fall... Es hat mir auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja, und... Ähm... Ich würde jetzt einfach mal sagen... Ich mache hier wieder eine Pause. Und... Sehen wir uns auf jeden Fall... Äh... Wieder. Und... Die Videos werden jetzt regelmäßig kommen. Und dann würde ich sagen... Tschüss. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss, Leute. Tschüss. 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 Tschüss.